Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute spielen Dead by Daylight, Shattered, irgendwas, blablabla, blubblub. Also auf jeden Fall der neue Killer, die neue Killerin in DBD. Ach, guck mal an. Hallo! Lecker! So, wie blöd bist du eigentlich? Da, Haken, Haken, Haken. So, jetzt kommst du erstmal nach dem Haken. Wie lauter Spiel mittlerweile überhaupt ist, ne? Krass. Wie war das Campen? Ist das Taktik? Ähm. So. Jetzt irgendwo hab ich noch einen gesehen. In mein Keller. Äh. Okay. Da ist auch nichts drin, ey. Mensch, das ist genau. Und hier. Auch nicht. Jetzt so. Boom. So, da müssen wir doch einfach machen. Äh, ja. Hat da keiner Interesse daran? Wollt schon sagen. Oh, ha! Oh, ha! Oh, ha! Was? Really? So, Haken. Da wär einer. Okay, nehme den. Der ist gerade in der Nähe. hat eine schöne maske soll uns jetzt nicht weiter aufhalten die struggle da eh noch also kann auch genauso gut eine ablenkung gewesen sein gerade eben aber die ist eh gleich tot haben die die jetzt ernsthaft sterben lassen hallo aufnehmen die praktisch der haken hier einfach ist so jetzt hallo so stell mal dich jetzt dahin das dass er übrigens vorher nie eine runde geholt gehabt ok der hat sich geheilt wird aber trotzdem struggle müssen wenn er nochmal hängt das finde ich mal geil ohne witz dieser phasen drei generatoren müssen sie noch ist das so ein wie michael meyers oder so ich weiß jetzt gerade recht nicht da in die richtung zwei generatoren so 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 mich zu veräppeln musste schon ein bisschen früher aufstehen so so ist die jetzt da runter oder so 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 wie auch immer das Aber wie doof muss man denn sein, ey? So, dann haben wir das hier gerockt. Viel Spaß. Ja. Würde ich mal sagen, erfolgreich alle vier getötet. Warte, was geht mit den Bäumen? Niemand ist entkommen. Unbarmherziger Killer. So, kriegen sie noch einen GG. Wollen sie nicht schreiben oder so? Dann halt nicht. Ja, das soll es von dem neuen Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, könnt ihr auch gerne den Abonnieren-Button drücken. Wenn ihr wollt natürlich. Und dann sehen wir uns im nächsten Video von dbd oder in einem anderen Video. Bis dahin. Tschüss.